Ich kannte inzwischen alle, also der Untergrund war mir offen und es war mir einfach dann auch ein Leben wert, das zu tun. Und es gab die Untergrundzeitschriften, wo ich mitgemacht habe oder Untergrunderstellung, Untergrundlesung. Und das hat mich schon immer wieder mobilisiert, weiter was zu machen für die nächste Und-Und, wie die hießen, oder Mikado, oder wie ich dann angesprochen wurde. Und man war dann jemand in der DDR, muss ich schon sagen. Also das Leben haben wir selber provoziert. Also wir haben das selber initiiert. Ich habe in Erfurt, Frauen haben dann gemerkt, da ist eine, die macht ihr Ding und die wollten auch so leben. Die wollten sich ja auch ausprobieren. Die wollten auch sich selbst von oben bis unten Leben kennenlernen und benähen oder weiß ich was. Oder eben so verschrien sein wie ich. Es ist ja nicht nur negativ, wenn man verschrien ist. Das war auch ein Leben, ein Lebensentwurf, den ich dargestellt habe. Und da sind dann viele Frauen hier in Erfurt zu mir gekommen und wollten mitmachen. Und dann haben wir die Künstlerinnengruppe gegründet. Wir haben unsere Sachen selber genäht. Wir haben Performances entwickelt. Ich habe Fotoausstellungen vorher gemacht und Filme gemacht. Aber wir haben dann als Frauengruppe auch Filme gemacht, Super-8-Filme. Wir gingen zu den Super-8-Festivals, die es plötzlich gab in der DDR. Wir haben so eine eigene Welt schon entwickelt, mit dieser Untergrundqualität, die Freiheit bedeutete. Und damit habe ich gelebt. Ich habe mit dem, was ich geschrieben habe, schon meine Abnehmer gehabt. Also Untergrundzeitschriften und auch Untergrundfestivals mit den Super-8-Filmen. Ich habe Fotos gemacht mit Liborellos, wenn da eine Fete war. Also wir haben hier unsere Untergrundlesung auch in Erfurt. Die haben wir das getan. Dann haben gesagt, das ist eine Taufe oder ein Geburtstag. Dann nahm ich meine Fotos mit, machte die mit Reißzwecken an die Wand. Und da gab es Lesungen, da gab es Filme. Und dann war die Fete zu Ende. Dann machten wir die, wir klappten die Liborellos wieder ein, steckten ein, Filme so. Und dann war es zu Ende. Und das waren eben die Aktionen. Das waren Untergrundaktionen, schnelle Aktionen. Wir haben teilweise einen Brief mit selbstgemachten Einleitungen angekündigt. Das Fest, dann wussten alle, das ist nicht nur das Fest, sondern viel mehr. Und so wurde das eben in Erfurt gemacht. So wurde das in anderen Ständen in der DDR gemacht. Und so haben wir uns dann praktisch gelebt in dieser Zeit.